Aber du kannst so eine andere Kampffaffe nehmen, ist auch okay. Ich hab das Scream, aber dann kann ich damit umdrehen, ja. Vielleicht kann ich dann mit Gliedmaßen oder so abtrennen. Dann haben wir natürlich einen schönen Nice-to-have. Dass die Mobilität eingeschränkt hat. Da haben sie letztens mit dem Schild gespielt. Da waren sie am Ende vier gegen einen. Die hatten alle Gasmasken und die haben den dann so in der Ecke eingekesselt, dass er nicht raus konnte. Das war ein Mess, ey. Ich hatte mal so ein Video gesehen, da sind die zu viert auf so einen Quad gestiegen, alle mit Schild. Jetzt kann ich hoch, ja. Das ist mir eigentlich auch nicht schlecht. Ich bin okay, Cloud, sowas. Ich klaue hier noch mehr Kills. Zack. Ah, noch eh, nee, Cloud. Aber von einem anderen Team. So mach ich ja auch meine Kills. Und was liegt hier oben? Nicht. Man, wie ist das hier? Oh Gott. Oh Gott, das will ne. Ich bin hier schon. Ich dachte, ich bin tot, aber dann kam mit ihr. Kam mit ihr? Kam mit ihr. Da ist der Mittelalter. Mal der Mittelalter-Fuzider. Ja. Das kann nicht. Das kann nicht. Da drauf Trauku dann. Wo ist denn die Kiste? Ist die nach oben? Von Orang, die aktivierte. Ach so. Ist die Ecke? Nein, das meinte gerade nicht. Ich bin gerade nicht. Irgendwo sind hier Steps da. Peter Donders? Ja. Oder überall. Ich steppe hier auch noch. Zusätzlich. Michael Shirtley ist der Einzige, der Steps da los ist. Ich hätte das selber drauf geschickt. Ich wurde mit einem Raketenwerfer getroffen. Michael Shirtley? Was ist denn hier los jetzt? Zu viel gerade. Ja. Der andere ist oben hier. Da sind drei Stück noch oben. Wo man auf dem Dach war. Haben die? Haben die Loadout? Ne. Ein Down? Auch einen Down da oben. Hier sind voll viele Hilfendach. Oh ne. Der hat sich wieder hochgeholt. Hinterhalten alle in dem Zimmer. Ja. Da immer die Witze. Ausgeschaltet. Unterlierst am Boden. Der Feind nähert sich. Wipe. Dauer. Ach, hier drüben unten ist noch ein Team. Ja. Um auf dem Dach hoch. Vorsichtig. Okay. Du bist hier. Der war noch näher am Dorb dran, oder? Ich war noch nicht dran. Achso. Aber jetzt will ich das mal machen. Da sind drei Stück. Oder vier Stück sind da unten. Wann die mal prüchen? Beim Prüsen unten? Ja. 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 Ja, lasst rein. Na los. Ich hab' nur Blendgranate. Auf einer Totenstelle. Oh, hier liegt ein Prezi. Mal hier mal aufhauen. Ich hab' nur noch selbst die Überlegung. Vor uns. Über uns. Vor uns. Über uns. Oh, zwei K.O. Um auf dem Dach sein. Ab einen. Äh, diesen One-Shot hier bei der Rechts. Ich hab' nur noch mit den Tränenstraßen. Jetzt sind die alle hier. Achso. Da drüben noch. Hier ist ein Theater. Ich hab' ne Blend drüber. Hab ihn nicht getroffen. Gestunt. Bin tot. Da landet Ena, äh, Pascal geradezu fast. Ja. Ausgeschaltet. Auf Wieder. Ah, was weiße. Ausgelöscht. Schön, schön. Wunderbar, Alter. Wie viel Geld haben die gehabt, ey. Ziemlich vieler. Oh, ja. Wunderbar, Alter. Wunderbar. Gut. Hier sind noch Platz. Wunderbar. Muss man durchzählen? Ähm. Sollen wir mal zum Shop irgendwie? Na ja. Dann können wir auf jeden Fall ne Menge Unheil anstiften. Oh Gott. Oh, hier kommen sie gerade. Von unten, glaube ich. Ja. Ein Down. Oh, na. Ich hab' da. Du Apo. Okay. Fast geschafft. Alles platziere. Panther-Abwehrmine. Hier wird der Klicke hier mal ein bisschen Geld hin, ne? Das ist, wenn ich hier mit so viel Geld rumlaufe, das ist zu viel. Ja, dann... Ja, dann... Rüben, wo war der Rock Kohlekamen sind zu dem Haus. Okay. Ja. Am Fenster schon. Ah, Prezi geht raus. K.O. K.O. Oh, das ist alles klar. Dann müsst ihr ja präzis eigentlich das zünden, da. Hm. Naja. Komischerweise machen wir das nicht. Ich bin hier oben. Einen hab' ich. Ab und nein. What? Alter. Ich geh' an Platten, wenns geht. Irgendwo ist hier wieder eine neue Alka-Platten. Ich hab' noch Platten. Hier drüben liegen auch noch Platten bei dem. Ah, ja, okay. Guck mal ne Drohne zündeln. Ja, oh, guck mal. Oh, na gut. Warte, Mike. Mach mal nen... Ach, gut, ja direkt hier. Guck mal hier nebenan. Oh. 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 Ne, unten halt. Hä? Ah, zwei Teams. Zwei tot unten. Oh, ja. Oh. Oh, das schlug Pascal. Oh, das ist schlug, Pascal. Oh, der tschlug hat er gesagt? Oh, der tschlug hat er gesagt? Die tschlug hat er gesagt? Oh, der tschlug ist ja keiner mehr. Oh mir sichtiger oder und. Ich hab' mir schlug. C4, Achtung. Sehr schön. Muss ich einen Platten geben kurz? Ja. Oh, Rezi. Ich habe eine Drohne nochmal. Rezi hat mich nicht getroffen. Wartet dein Kill, wartet mein Kill? Die lange, ja. Wo denn? Ah, da. Alles klar. Komm, komm, komm. Habe ich den Geschlecht? Ubrecht? Den Knicht. Hey, bravo. Ich sag's. Die sind so Abwender von der Shredbar, glaube ich. Aber gut. Aber es ist gut. Es ist halt legitim, mal hier unten rechts. Nova. Nova sind sie. Ja, hier unten auch. Da läuft einer. Der ist rechts weggerannt. Da landet auch wieder einer. Um auf den Dab. Hier landen irgendwo welche. Ah, der wird noch von... Da sind sie. K.O. auf den Dab. Auch K.O. Wahrscheinlich in den Häusern unten noch... Wir finisht da. Folgt das Kommando. Macht mal ruhig, Jungs, ey. Kriegt man ja Angst, wie da steht, ey. Hier, bei lila ist noch einer drin. Bei lila ist noch einer drin. Bei lila ist noch einer drin. Kriegen wir noch eine Drohne zusammen? Bei flüssen ist noch einer. Ich komme erstmal zu euch, bevor ich wieder abgeknallt werde. Da wurde gerade noch einer angezeigt. Wie wird das noch aktiv? Da kann noch mehr kommen. Ja, ja. Ah, dann warten wir noch mal kurz. Ja, warten wir noch mal kurz. Ja, warten wir noch mal kurz. Oh. Hier oben drauf. Oh. Oh. Stark. Aber die müssen zu uns kommen. Das ist ja doof. Oh. Zehn Meter. Direkt hier irgendwo. Oh. Gut. Schön. also, hier wird jetzt nichts mehr angezeigt beim Flüssen. Die Gondel nehmen wir eigentlich, theoretisch fast. Das kommt an. In der Grunde müssen auf jeden Fall noch ever tun. Aber hier sind so viele, wo der lila ne Marker ist. Kriegen wir da ne Drohne zusammen? Ja, ich kann auch eine holen. Das hätte cool ne Drohne. Ich hole gleich noch eine hinterher. Ja komm, dann hol ich noch eine. Ich behalte noch eine. Okay, da halten sind die. Ich muss mal da aufs Dach schon... Ja, wir sollten vielleicht aufs Nova-Dach springen. Hier ganz hoch und dann rüber springen. Na, du kannst doch hier unten über die Küsten... Ja. Ah, okay. Ach ja, bitte. Hm, stimmt. Da haben wir überhaupt dran, oder? Ja. Sauber. Schöner Schuss. Einer noch mal. Einer noch, ja. Ist doch hier irgendwo zu sehen, oder? Ja, der ist hier auf einer der Zwischenebenen. Der ist hier. Ich hab uns. Chillbreak. K.O. Na, dann. Ach, da ist mir vorbeigesprungen. Bist angeklettet? Ist der letzte, oder? Ja. Prezi raushauen. Alles klar. Da ist er wieder Renniker. Ach, Junge. Ah, der kommt hier über die Mauer, glaube ich. Ist hier auf meiner Höhe? Oh, sehr gut. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, du bist ja noch geil. Oh, nein, Alter. Oh, nein. Oh, nein. Du hast mich durchgemäht gefühlt. Was ist da passiert? Wie im Rausch. 37, krass. Geil. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Saftig. Was ist geil? Hast du in Saft die Runde gespielt? Applaus, Krämig, ja. Krämiger Saft. Krämiger Saft. Lebe für nichts und sterbe für etwas. Krämiger. Krämiger. tropical. Krämiger. Kannst du nicht hinnewig machen?